Willkommen beim 22. Karriere-Tag. Willkommen in der Firma Sennheiser. Wir sind hier am Hauptsitz der Firma Sennheiser im Innovation Campus und hier werden heute 650 Bewerber auf 50 Familienunternehmen treffen. Als Gastgeber ist uns erstmal wichtig, eine tolle Atmosphäre bieten zu können, damit sich alle wohlfühlen, sowohl die Bewerber als auch die Familienunternehmen und erhoffen tue ich mir, dass wir einfach einen großartigen gemeinsamen Tag haben können, in dem jeder das findet, was er sucht. Der eine eine Stelle und der andere einen tollen Bewerber. Was ich super finde, ist, dass die Bewerber sehr, sehr motiviert sind und dass wirklich auf dieser Messe nur Bewerber sind, die wirklich Lust darauf haben. Die kommen konkret zu uns, die haben sich vorher auch schon informiert. Das persönliche Gespräch macht tatsächlich den Unterschied und ich würde so sagen, wir haben so in Summe jetzt 20 Bewerber und jeder Einzelne hat so seine Art, einen zu begeistern und das ist schon toll. Die Vorbereitung hier mit Sennheiser war schon perfekt natürlich. Sehr familiäre Atmosphäre, sehr nette Atmosphäre, tolles Haus, tolle Kommunikation und das überträgt sich auf die Gäste. Und also, ich habe einen sehr positiven Eindruck. Den Karriere-Tag an sich finde ich total spannend, weil man die Möglichkeit hat, als Bewerber mal mit den Unternehmen in einem sehr zwanglosen Ambiente zu sprechen und die Unternehmen vor allem auch auf die Bewerber eingehen. Man hat sehr selten die Möglichkeit, so viele Unternehmen auf einmal zu treffen. Man hat sehr selten die Möglichkeit, so viele Kontakte und so einfach zu knüpfen, sich auszutauschen und deswegen ist es für mich auf jeden Fall die weite Anfahrt wert. Arbeit am 3.0- ako 4.0- als ein